Tja Freunde, mit mir legt man sich nicht an! Oh nein Leute, es ist f***ing sinken. F*** die Scheiße. Aber das ja gefällt mir gar nicht. Da wird eingelenkt Freunde, da wird eingelenkt. Habe ich meine Waffe parat? Ich habe sie nicht geladen. Momentum. Habt ihr das gesehen? Das war provoziert. Ihr habt hier ganz normal gesessen und habt gegessen. Ihr habt es alle gesehen. Und die kamen auf mich zu. Aber jetzt schießen die auch noch auf mich, die Schweine. Ok, pass auf. Haben wir irgendein Plan? Wir wenden noch einmal. Ich werde die rammen. Ich muss auf deren Schiff kommen. Mach keinen Scheiß, Bro. Ihr trefft doch sowieso nicht. Ich muss nur irgendwie auf deren Schiff kommen. Ich könnte mich schießen, aber alleine ist das unmöglich. Und jetzt hinschwimmen. Oh, so nah. Ich brauche ihn an. Ich brauche ihn an. Ich brauche ihn an. Ich brauche ihn an. Hat er gedacht, ey. Hat er gedacht. Ich bin schon die ganze Zeit im Wasser, aber die hören mich nicht. Das ist gut. Lol. Der hat versucht, über mich rüber zu schießen. Aber ich habe jetzt keine Munition mehr, verdammt. Und den nächsten Mermaid müsste ich nach Hause. Und mich mal wieder neu ausstatten. Ja, da kann ich eine Spiegel. Ich rüber... Ich rüber... Ich rüber... Ich rüber... Ich rüber... ... schiffchen reparieren. Wo auch immer die mich getroffen haben? Anscheinend gar nicht. Verdammt, komm schon. Nein. Nein. Die haben keine Kanonen mehr. Wo kommt das Wasser her? Muss man kurz den Slick finden. Ach da. Da ist jemand drauf. Das, liebe Freunde, ist Frosty. Merkt euch den Namen Frosty bzw. sein Alias Devilfin. Wir werden noch viel von ihm hören in dieser Folge. Versprochen. Hehehe. Sag mal, ihr seid auch nicht die Besten, ne? Jetzt bei einem Kopfschirm, 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 Kopfschirm. Der trifft mich nicht, ey. Oh, jetzt hab ich ihn auch nicht getroffen. Lol. Hahaha. Ach schön. So macht man Leute fertig, Freunde. So, wo ist jetzt ihr Schiff? Da hinten. Okay. Soweit ich weiß, haben die keine Kanonkugeln mehr. Hahaha. Das heißt, die Verfolgungsjagd beginnt. Und wenn ich auf euer Schiff komme, Freunde. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Hallo. Ja, das geht um. Oh, das geht um. Er ist hinter dir. Jamie, er ist hinter dir. Hahaha. Oh, ja. Oh, ja. Where we go? No one's on this ship. We control the ship, cause I could not see where the hunt him going. Hahaha. Tschüss, Schiff. Was, where we go? Die Zuckung bin ich. Lauf! Lauf! Komm schon, lauf! Oh, jemand ist auf dem Schiff. Oh, schade. Oh, ich habe mich auch erwischt. Ich habe mich auch erwischt. Oh, Schiff. Oh, Schiff. He's killed the whole thing. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Where are you? He's on the ship. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Oh, Schiff. Ich kann nicht mehr. Mein Schiff steht noch. Noll. Ich will nicht auf Land laufen. Ich krieg das doch geregelt, Freunde. Ich krieg die doch. Ich krieg das nicht. Ich kriege das nicht. Ich kriege das nicht. Ich kriege das nicht. Huch! Was ist denn nun passiert? Wieso habe ich mich umgedreht? krieg das noch hin das krieg ich noch hin so und dann müssen wir noch das schiff finden von denen so wo sind die weil sind die feigen schweine wir sind ziemlich sind die abgehauen da ich sehe sie noch meine kleine schluppe ist schneller als deren besucht das mit der schrot anstatt die sniper zu holen ist denn los mit dir haben die gerade fest heruntergeworfen mal gucken ich bin gespannt ob jetzt mit ihr jetzt nein 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 es war kein glück in der waa in der waa Nein, scheiße, aber ich habe ihn mitgenommen. So, wo sind die jetzt? Ich könnte meilenweit entfernt sein. Ich komme aus Shipwreck Bay. Was? Okay, fahren wir da, ich bin zurück. Ich habe sie. Ja, hier komme ich. Ihr seid gefasst drauf. Mit mir legt man sich nicht an, Freunde. Nein! Ihr kriegt es nie, ihr Pedder! Niemals! Oh Gott! Okay, erst mal Papa da reinziehen! Frosty, ey! Der gute alte Frosty! Hey, Frosty! Warum rommst du hier, wenn du... Warum rommst du überbaut? Was ist auf unserer Schiff? Was ist auf unserer Schiff? Ja, das will ich! Oh, guck mal, wie ich lach! Das ist auf unserer Schiff! Oh nein, ich bin mit dir an Bord! Ich bin mit dir an Bord! Ist niemand da? Ich bin wie so ein Geist! Der hat voll Schiss, man merkt das voll! Ist jemand hier? Ist jemand hier? Oh, ne Truhe! Na gut, die ist wertlos, aber... Vielleicht kann ich sie verstecken, um sie zu verwirren! Oder irgendwas anderes zu machen! Ausrüstungstruhe! Okay! Oh, ne, und der Fahrt... Hat er, hat er mein Schiff... Ne, er hat mein Schiff gar nicht angehalten, ne? Komm, nehm mir die Truhe! Doch er hat mein Schiff angehalten! So, Frosty, nur du und ich, mein Freund. Nur du und ich. Was willst du machen, he? Ich kann ihn nicht sehen. Da ist er, hat ihn. Oh Mann, ich bin wie so ein Gespenst auf dem Schiff, ey. Okay, wo ist der Schiff? Oh, hier ist ja überhaupt keiner. Okay, ich hoch. Okay, ich sehe den Schiff. Okay, ich weiß, wo er ist. Aber ist er auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt nach oben, aber ich kann ihn nicht sehen. Er ist nicht auf dem Schiff. Nein, ich bin nicht auf dem Schiff. Sie hat mich zweimal töten, als ich dachte. Irgendwo auf dem Schiff kann. Ist das am Boden des Schiffes? Sie hat mich zweimal töten. Es ist niemand auf dem Schiff, Jamie. Ich bin auf dem Boden. Ich habe mich zweimal töten. Zweimal töten. Sie ist weg, wo ist der Schiff? Herr, du hast mich zweimal töten. Ich liebe dich. Tief einhaften. Er ist doch weg. Alles gut. Das kommt doch wohl, wenn man mich angreift. Oh, sie lichten den Anker. Oh, Foster, du hast den Schiff abgebildet. Du hast einen Schiff abgebildet und du hast den Schiff abgebildet. Richard, wo bist du? Okay. Ray ist in der Anker. Wir gehen auf die Isle. Bleib dein Eier auf der Kostlinie. Sehr schön. Genau, nehmt mich mit. Mal gucken, wo wollen sie mich bringen. Ach, die wollen wieder zurück zu, äh, hier, hier, wie hieß der schon mal? Scheiß nochmal, Sanken Grove oder so, ne? Oder Shipwreck Bay, genau. Das war's. Okay, da ist es so, dass sie geht, Damen und Herren. Foster, die nächste Zeit, du abgebildetst, um ein Schiff abgebildet, um ein Schiff abgebildet, auch ein Schiff abgebildet, um ein Schiff abgebildet, um ein Schiff zu kommen. Alright, Rach, do you wanna start scouring the Island? Genau, geht mal rüber. Jetzt komm ich. Oh, we got, we got someone on board. ja ihr werdet ihn niemals leben kriegen ich hab keine Munition mehr wo ist die scheiß Munitionskiste? was? ich hab dich getroffen ein Schuss, weißt du? jemand ist gestorben was willst du denn, Freundchen? was willst du denn? kein Problem, ich zieh mir ne Banane rein und wir weg tschüss und noch einer legt euch nicht mit mir an, Freunde ich hab keine Bananen mehr, ich muss den Bananen gleich klauen ich hab keine Munition eh ja ich sehe auch keine Munition eh Oh, sie haben mich hart erwischt. Oh, 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 oh. Der eine ist abgehauen. Wo sind die scheiß Bananen bei euch, man? Oh, oh. Oh, tschüss. Oh, f***. Num 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 num. Num 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 num. Oh, nein. Erwischt. Echt, ist der Vogel, ne? Völlig gestresst von seinem Hähchen. Die zwei Entranges sind. Er ist auf dem Schiff, er wird nur einen von ihnen kommen. Er ist auf dem Schiff. Er ist auf dem Schiff. Hallo. Guten Tag. Wie ist er auf dem Schiff? Wie ist er auf dem Schiff? Mir sagt er gern. Und ich komme wieder. Okay. Wenn ich das hier rauf schaffe, ne, Freunde? Nämlich der King. Nein! Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt, ihr Bitches! So sieht's aus! Wisst ihr, Freunde? Ich bin ja eigentlich ein ruhiger, friedlicher Typ. Ich greife niemanden an. Wenn ich jemanden sehe, prinzipiell, ich spiele Musik oder so. Aber ich greife nicht an. Erst, wenn ich angegriffen werde, fühle ich mich bedroht. Und dann passieren solche Sachen. Wisst ihr? Ich mein, so ein Troll zu sein, der einfach nur random irgendwie tötet, ist kacke. Das kann ich niemandem empfehlen. Rache zu nehmen, ist was Feines. Und es schmeckt gut. Da schießen sie schon. Was sie aber nicht wissen, ist, dass ich, bevor ich sie ramme, über Bord gehe. Okay, los geht's. Plan wird eingeleitet, Freunde. Wo spring ich jetzt runter? Am besten hier hinten, ne? Am besten hier hinten, ne? Da... Rammkurs! 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 Oh, barre健verest kaputt. Oh, fuck off. Rammkurs! 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 Kuck mal! Rammkurs! Rammkurs! Ich bin ein verdammter Assassine. Oh Gott. Oh, ihr Schiffsding. Perfektes Timing. Jetzt kann ich richtig Rache nehmen. Jetzt muss ich nur noch warten, bis jemand kommt und dann knall ich ihn ab, bevor er das Loch fliegt. Der perfekte Plan. Und dann ist meine Rache komplett. Wenn denn jemand kommt... Leute? Hallo? Äh, okay. Ich kann warten. Obwohl, mir geht gleich die Luft aus, ne? Das ist auf jeden Fall gleich hoch. Du kommst hoch. Du kommst hoch. Du kommst hoch. Aber selbst da ist niemand. Ich bin gerade auf dem Boot, Arno. Das Schiff sinkt ja. 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 Es ist gesunken. Ich bin auf dem Boot. Er ist auf dem Boot. Und dann hat er mich tot. Und dann hat er mich tot. Mit mir legt man sich nicht an. Oh nein, Alter. Es ist verdammt sinkend. Verdammt die Scheiße. Mit mir legt man sich nicht an. Mit mir legt man sich nicht an. Mit mir legt man sich nicht an. Einen. Hahahaha. So, Freunde. Ich hoffe, es war eine Lektion für euch. Nun. Lernt raus. Nicht den Zero angreifen. Damit verabschiede ich mich. Für diese Episode. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020